Ich bin sehr froh, den folgenden Talk ankündigen zu dürfen. Er wird genannt ein Blockchain-Bilderbuch und er wird von Alex gehalten. Blockchain ist ein Thema, was wir ständig überall hören in den Medien. Es wird als eine Lösung für alles verkauft. Es zählt gar nicht mehr was. Aber wie es wirklich funktioniert und was es überhaupt eigentlich ist, wissen die meisten Leute überhaupt gar nicht. Und deshalb haben wir heute hier eine Einführung mit Bildern. Also heißt Alex auf der Bühne willkommen mit einem großen Applaus. Hi. 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 Ja, mein Name ist Alex und ich bin von der Technologischen Universität Braunschweig. Und ich arbeite da am Institut für Anwendungssicherheit. Ich hoffe, ihr seid hier, um Blockchain-Picturebook, also den Vortrag zu hören. Direkt vom Anfang an, dieser Vortrag ist nicht über die aktuellen neuen Kryptowährungen da draußen und auch nicht über, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ich bin hier, um euch eine sehr grobe Einführung zu geben in den Gedanken und in die Grundlagen von, ja, diesem Blockchain-Ding da draußen. Und ihr könnt dann euch einfach selber ein Urteil bilden. Ich hoffe, da sind keine Blockchain-Experten hier unter euch. Also, das ist ein Grundlagen-Talk, der heißt, ich erwarte keine Hintergründe, keine technischen Hintergründe von euch. Lasst uns einfach mal versuchen. Stellt euch vor, ihr werdet in der folgenden Situation. Irgendwann einmal gab es zwei Leute. Wir nennen sie einfach Mary auf der linken Seite und Alex auf der rechten Seite. Sie wollten miteinander handeln. Mary wollte ein Haus von Alex bauen und kaufen und deshalb ehrnigen sie sich auf einen Betrag und Alex bringt die Schlüssel vorbei für das Haus, was an Mary verkauft werden soll. Aber weil Mary und Alex sich nicht kennen, vertrauen sie sich auch nicht. Also, haben sie einen Vertrag aufgesetzt, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Den kann man hier auf der rechten Seite sehen. Es ist ein typischer Vertrag für einen Handel und er besteht auf verschiedenen wichtigen Informationen. Eine Beschreibung vom Objekt, was verkauft werden soll. Das Haus von Alex, die Adresse, vielleicht was es da drin gibt. Der vereinbarte Geldbetrag, also lass uns einfach mal sagen, eine halbe Million oder was auch immer. Die Personen, die damit involviert sind, also in diesem Fall Mary und Alex und die Signaturen, also die Unterschriften. Und als ein letzter Schritt wird der Vertrag mit einem Zeitstempel versehen, um günstig zu sein. Heutzutage existieren solche Verträge auch als digitale Dokumente. Aber für beide, sowohl die digitalen als auch die analogen Dokumente, wenn ein böser Angreifer eine Kopie davon erhält, dann kann er sie auch verändern. Auf eine böse Art und Weise zum Beispiel den Zeitstempel entfernen. Das kann den Vertrag ungültig machen und auch eben den Handel ungültig machen. Und nebenbei gesagt, der Angreifer könnte auch einer von den beiden im Handel beteiligten Personen sein. Also lass uns sagen, unser Alex ist der Böse. Und er möchte das Geld von Mary nehmen, aber auch das Haus behalten. Okay? Das ist unsere Startsituation. In 1990 wurde in einem wissenschaftlichen Paper vorgestellt, eine kryptografische Lösung, um einen Zeitstempel an ein digitales Dokument zu binden, ohne dass es getrennt werden kann. Was heißt das? Beide, also sowohl das Dokument als auch der Zeitstempel, werden in ein neues Dokument vereinigt und können nicht mehr voneinander getrennt werden, ohne beschädigt zu werden. Also wir werden sehen, wie das genau funktioniert. Für jetzt erstmal, lass uns so tun, als wäre dieser Block, den man da sehen kann, unser digitales Dokument enthält und den Zeitstempel. Und beide werden verbunden durch einen mystischen, fancy Kryptografie-Algorithmus, der durch diesen blauen Rahmen repräsentiert wird. Okay? Also, glücklicherweise, oder nein, unglücklicherweise haben wir immer noch ein Problem. Nämlich, dass unser Angreifer, in diesem Fall Alex, er könnte diesen Kontrakt, diesen Vertrag und alle anderen Kopien davon löschen und einfach behaupten, es hätte ihn nie gegeben. Also, um sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen, hat dieses Paper eine Kettentechnologie vorgeschlagen für verschiedene Blöcke, die natürlich alle verschiedene Verträge enthalten. Also, der Ergebnis ist halt eine Kette aus Blöcken, die Blockchain. Ja, hey, da sind wir schon. Und weil es eine Kette ist, ist es nicht möglich, einen von diesen Blöcken zu entfernen. Einen von diesen Blöcken zu entfernen, würde die ganze Kette kaputt machen. Und das war so, dass man sie nicht wieder zusammenfügen könnte, ohne sie zu beschädigen. Das werden wir auch später nochmal sehen. Okay? Ja, also. Aber das verhindert halt immer noch nicht, dass jemand diese ganze Kette löschen könnte. Also, je länger diese Kette wird, desto mehr Leute werden damit einbezogen. Und da ist es auch immer wieder, das Risiko steigt, dass ein bösartiger Angriff erkannt werden würde. Also, soweit, so gut? Prima. Aber das Problem bleibt, diese Kette muss irgendwo gelagert werden. Erinnert euch, die ist digital. Also, lasst uns sagen, eine andere vertrauenswürdige Partei bekommt diese Aufgabe. Also, hier, das ist unsere vertrauenswürdige Partei und die ist jetzt zuständig für die Blockchain. Aber diese vertrauenswürdige Partei kann auch ausfallen oder nicht mehr vertrauenswürdig sein. Also, müssen wir irgendwo, irgendwas könnte passieren, irgendwelche Hardware-Failure. Irgendwas kann aus Versehen gelöscht werden. Also, bei jedem zentralisierten Service braucht man Vertrauen. Stellt euch vor, euer E-Mail-Provider verschwindet einfach morgen. Deshalb schlägt das Paper vor, die Daten der Blockchain auf verschiedene Parteien zu verteilen. Hier sehen wir verschiedene Parteien und jeder enthält eine exakte Kopie der Blockchain. Okay, also diese, immer dieses Ding in der blauen Farbe repräsentiert irgendwas Kryptografisches. Also, haben wir keine zentralisierte Speicherung anymore, sondern ein dezentralisiertes Netzwerk. Das wird später nochmal wichtig. Auch jetzt können natürlich einzelne Parteien ausfallen. Aber das alles ist immer noch funktional. Die Blockchain funktioniert immer noch. Okay, alle noch dabei? Okay, so. Okay. Jetzt bleibt die Frage noch, wie dieses mystische Kryptografie-Ding eigentlich funktioniert. So sieht so ein Block tatsächlich aus. Das ist tatsächlich der erste Blockchain-Block, der jemals kreiert wurde. Aber ich schätze mal, ihr seid nicht so wirklich interessiert daran, in diesem Talk. Wie versprochen, lassen wir das mit den mathematischen Details. Aber nur für eure Informationen, das ist ein Block. Okay. Lasst uns annehmen, wir beobachten einen anderen Handel, einen weiteren Handel. Alice und Bob wollen handeln. Alice möchte ihr Smartphone an Bob verkaufen. Also, erinnert ihr euch an die Polaroid-Kameras, bei denen man ein Foto aufnehmen konnte und das wurde direkt gedruckt? Während wir uns das angucken, diese Situation, nehmen wir ein Polaroid-Foto. Und das wird gedruckt und das ist so ein direkter Beweis. Und wir nehmen dir das Foto und packen das an die Tafel. Wie hier. Okay. Jetzt lasst uns sagen, dieses Foto repräsentiert einen Block. Erinnert euch an diese blauen Kettenblöcke? Blockketten? Äh, ja. Etwas später beobachten wir einen weiteren Handel. Hier sind Charlie und Peter und er möchte sein Auto an Peter verkaufen. Und wieder nehmen wir ein Foto auf. Aber diesmal halten wir das Foto von vorher, das immer noch an der Tafel ist, in den Hintergrund. Also jetzt nehmen wir das neue Polaroid-Foto und jetzt packen wir das wieder auf unsere Tafel. Okay. Okay, was sehen wir jetzt? Das erste Foto, welches unser erster Block ist, kommt im Hintergrund unseres zweiten Fotos, also unseres zweiten Blockes vor. Also lasst uns sagen, der zweite Block ist mit dem ersten verkettet. Also wenn jemand Böses den Inhalt des ersten Blockes ändern möchte, muss er auch den Inhalt des zweiten Blocks ändern. Also es ist mehr Aufwand für die böse Partei. Okay, jetzt machen wir das so weiter. Also ein neues Foto an die Tafel. Jetzt sehen wir Eve und Alex, die auch wieder handeln, ein paar Güter. Und wieder haben wir das zweite Foto im Hintergrund des dritten Fotos. Also wieder, das ist das dritte mit dem zweiten verkettet. Okay, seid ihr alle noch dabei? Schön. Okay, und noch einmal wegen der Vervollständigung nehmen wir den vierten Block. Jetzt haben wir diesmal ein Haus, das ist etwas teurer. Und wieder sehen wir den Inhalt des dritten Blocks im vierten Block. Und deswegen sind sie verkettet. Jetzt sehen wir das große, ganze große Bild. Also, wenn unsere böse Partei jetzt etwas im ersten Handel, also im ersten Bild ändern möchte, dann muss er das zweite und das dritte und das vierte Bild auch noch ändern. Sonst ist die Modifikation aufspürbar. Stimmt ihr zu? Okay, jetzt haben wir hier unsere sehr spezielle Art der Blockchain kreiert. Mit den Bildern, die Blöcke repräsentieren. Okay. Okay. So, das kann uns jetzt einige schöne Eigenschaften bringen. Und jetzt ist es wichtig zu sagen, dass einige dieser Eigenschaften optional sind. Es gibt verschiedene Arten von Blockchain-Systemen und die meisten Eigenschaften hängen von der Art der Blockchain ab und von dem Use Case. Aber lasst uns jetzt einmal ein paar von den wichtigen Eigenschaften angucken. Okay, hier ist wieder unsere Tafel, die wir vorher schon konstruiert haben. Okay, wir haben schon diese Verkettung gesehen, mit dem Foto im Foto. Dieser Mechanismus macht unsere Blöcke unveränderbar. Und deren Inhalt natürlich. Sie können nur modifiziert werden, wenn alles, wenn die komplette Kette verändert wird. Okay, jetzt nehmen wir unsere Tafel und packen sie irgendwo in die Öffentlichkeit. So können alle Menschen, die vorbeilaufen, überprüfen, was so passiert auf der Tafel und können Anomalien erkennen. Okay, jetzt haben wir sozusagen coole Open-Source-Software mit unserer Blockchain. Okay, jetzt haben wir weitere Parteien, die unser verteiltes Netzwerk, Teil unseres Netzwerks sind. Und die machen jetzt eine exakte Kopie unserer Tafel. Und sie machen auch Updates jedes Mal, wenn etwas Neues auf unsere Chain kommt. Okay, unsere Originaltafel verschwindet einfach. Und dann können wir aber trotzdem jemanden fragen nach der letzten Kopie und dann können wir es wiederherstellen. Und selbst wenn einige dieser Parteien bösartig werden, solange einige Parteien oder die Mehrheit noch gut bleiben und Kopien besitzen, kann man das noch detektieren. Und man kann Anonymität für alle involvierten Parteien sicherstellen. Sowohl die Parteien in den Verträgen, in den Blöcken, als auch die Parteien des Netzwerks. Okay, so zusammengefasst können wir sagen, unser Inhalt unserer Blockchain ist unveränderlich. Und es ist wirklich hart, die Mehrheit unseres Netzwerkes bösartig zu bekommen. Und wir haben Transparenz, da unsere Blockchain öffentlich zugänglich ist. Und es ist unmöglich, einen einzelnen Block zu entfernen, ohne die Blockchain komplett zu brechen. Und wir können Anonymität gewährleisten für unsere Verträge innerhalb der Chain. Und wir müssen uns nicht auf eine einzelne Institution verlassen, wie eine Bank oder so. Okay, das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Es sind nur einige der vielen Eigenschaften, die wir bekommen können. So, jetzt lasst uns mal einen genaueren Blick auf eine der allgemeinen Anwendungen einer Blockchain gucken. Okay, ihr habt schon mal was von Cryptocurrency gehört, also Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoin. Natürlich gibt es noch viele weitere Kryptowährungen. Aber lasst uns über finanzielle Transaktionen auf einer Blockchain reden, im Allgemeinen. Okay, hier seht ihr ein klassisches deutsches Banküberweisungsformular. Vor den Zeiten von Online-Banking wurde so ein Formular genutzt, um Geld von einem Bankkonto aufs andere zu übertragen. Vielleicht erinnern sich einige euch an euch. Man musste es ausfüllen, gab es bei der Bank ab und die haben sich um den Rest gekündigt. Okay, man sieht hier einige Felder. Da haben wir die Namen des Sendenden und des Empfangenden. Hier kann man die Account-Nummern sehen und die Bank-ID-Nummer. Und man kann sehen, es ist die gleiche Bank. Natürlich brauchen wir noch tatsächlich die Geldmenge und noch eine Unterschrift und das Datum. Für finanzielle Transaktionen wie Krypto-Coin oder so brauchen wir gar nicht so viele Informationen. Die einzigen Informationen, die wir brauchen, sind die Public Keys des Senders und des Empfängers. Die sind natürlich viel länger und sicherer. Natürlich brauchen wir immer noch die Menge des Geldes und eine Signatur des Senders. Und erinnert euch, das ist jetzt dann digital. Und früher konnte man das einfach ausfüllen, in die Bank bringen und vergessen. Und bei Kryptowährungen, einfach gesagt, ist es so, dass alle solche Transaktionen gesammelt werden von einem Netzwerk, von einem verteilten Netzwerk. So, jetzt lass uns sagen, unser Netzwerk hat sieben Transaktionen gesammelt. So, diese Transaktionen sind jetzt nicht in unserer Blockchain. Also zurück zur Blockchain. Wir haben eine Blockchain mit fünf Blöcken, mit irgendwelchen Transaktionen oder Verträgen drin. So, jetzt ist unsere Frage, wie machen wir denn jetzt den sechsten Block in unserer Kette, in unserer Blockchain? Einige von euch sagen vielleicht, hey, wir haben einige Timestamps oder ähnliches, können wir die nicht verwenden. So, das Problem ist, aber unser Netzwerk ist vielleicht in einer anderen Zeitzone und wir haben vielleicht ein paar Verzögerungen in unserem Netzwerk. Also mit Timestamps ist es ein bisschen schwierig. Okay, vielleicht hat jemand schon mal eine Idee, wie man das benutzen kann. So, wenn alle involvierten Parteien einer Regel folgen und sich auf eine Regel einigen können, dann kann man das Konsens nennen oder Konsensprotokoll. Vielleicht haben das einige von euch schon gehört. Okay, so remember it. Let's replace Transactions and contracts with something much simpler. Wir wollen Verträge und Überweisungen ersetzen durch etwas Einfacheres und zwar den roten Block in unserer Blockchain. Also, jetzt ist die Frage, wir haben jetzt Symbole statt unseren Formularen und wollen daraus jetzt den Block basteln. Und es gibt einige verschiedene Wege, wie man das erreicht. Okay, lasst uns mal über die besten Konsensus-Protokolle reden. Okay, eines der bekanntesten ist das Proof-of-Work-Protokoll. Okay, also, was hat das jetzt zu tun mit ... Also, einfach gesagt, jedes Mal, wenn ein neuer Block erstellt werden soll, und das heißt, solange es halt ausstehende Transaktionen gibt, brauchen wir neue Blöcke, dann macht unser Netzwerk ein Wettrennen. Und jeder kann teilnehmen an diesem Wettrennen. Und der Gewinner des Rennens kann entscheiden, welches Symbol als nächstes in den neuen Block kommt. Wirkt doch einfach, oder? Und in diesem Rennen können wir sehen, dass die gewinnende Partei wählt das Herz aus für den nächsten Block. Also ist das Herz jetzt im neuen Block. Und das Ergebnis dieses Rennens ist bekannt für jeden in unserem verteilten Netzwerk. Also alle teilnehmenden Parteien in diesem Netzwerk hängen jetzt nun den neuen Block an ihrer eigene lokale Blockchain-Kopie an. Und da ist dann das Herzsymbol drin. Right. Gut. Unglücklicherweise, wie einige von euch wohl vielleicht wissen, hat dieses Protokoll auch noch einige Nachteile. Und das größte Problem davon ist der negative Einfluss auf die Umwelt. Das bedeutet, solche Rennen abzuhalten, verbraucht natürlich viele Ressourcen. Und in der Realität natürlich keine Motorräder, aber eine große Zahl an Hochleistungsrechnern, die an diesem Rennen teilnehmen. Und die brauchen natürlich auch eine Menge Energie. Das ist natürlich überhaupt nicht gut für die Umwelt. Also im letzten Jahr wurde geschätzt, dass das Bitcoin-Netzwerk genauso viel Strom verbaut wie das ganze Land Dänemark, was eine ganze Menge ist. Okay. Ja. Wir mögen dieses Verfahren nicht. Lass uns ein anderes anschauen. Dieses Protokoll, dieses Verfahren hängt von der Stimme ab von Teilnehmern. Das Konsortium-Vote, so heißt das Protokoll. Also es geht um Stimmung, um Abstimmung. Und es geht immer noch um die Frage, welcher von diesen Symbolen wird den nächsten Block folgen. Und anstatt irgendwie ein großes Netzwerk in einem Rennen antreten zu lassen, haben wir einfach in Parteien eingeladen, in einer festgelegten Gruppe. Und wir nennen diese Gruppe jetzt Konsortium. Und jedes Mal, wenn ein neuer Block entstehen soll, entscheiden die Teilnehmer dieses Konsortiums darüber, wie entschieden werden soll. Es ist ähnlich wie eine demokratische Wahl. Das Symbol, was von den meisten Parteien gewählt wurde, gewinnt. Und in diesem Fall können wir sehen, zwei Parteien haben den Kreis gewählt, zwei haben das Herz gewählt und drei haben den Stern gewählt. Also wird der Stern von den meisten Leuten gewählt und im neuen Block eingefügt. Stimmt ihr alle zu? Also das Ergebnis dieser Wahl ist wieder öffentlich im ganzen Netzwerk, wo jeder eine Kopie der gesamten Blockchain behält. Und jede Partei, jeder Teilnehmer in diesem verteilten Netzwerk hängt jetzt diesen neuen Block an seiner eigenen lokalen Blockchain an. Und das enthält dann das Sternsymbol. Und keine Umweltnachteile hier. Vielleicht ist das die beste Lösung? Vielleicht würden einige jetzt Nein sagen. Ja, hier ist das Problem, wie das Konsortium gebildet wird. Das ist einer der Nachteile. Man kann nicht sicherstellen, dass die teilnehmenden Parteien unvoreingenommen sind. Und hier sieht man einen sehr großen Mann, der nur Leute an dem Konsortium teilnehmen lässt, die da garantieren, dass sie für den Kreis fehlen werden. Also es ist eine Art Filter. Und weil da jetzt nur Teilnehmer sind, die dann Kreis wählen im Konsortium, wählen sie auch das und wie man hier sehen kann. Also neben anderen Nachteilen kann dieses Protokoll auch für Korruption oder Beeinflussung des Netzwerkes genutzt werden. Seid ihr immer noch dabei? Prima. Lass uns das letzte Konsensprotokoll anschauen. Vielleicht haben wir hier mehr Erfolg. Dieses hängt davon ab, vom Anteil am Netzwerk, den jeder hat. Dieses Konsensprotokoll wird genannt Poof of Stake, also Nachweis des Anteils. Aber es hat nicht viel mit Zufall zu tun, könnte man jetzt meinen. Also ein letztes Mal stellen wir die Frage, welches der Symbole soll in den nächsten Block der Blockchain rein? Und jetzt behaupten wir einfach mal, wir haben irgendein System. Alle existierenden Symbole dieser Welt bilden unser System. Jetzt können wir uns das System anschauen, das ist der Kreis auf der rechten Seite. Und das ganze System gehört fünf teilnehmenden Parteien, die man unten links sehen kann. Diese fünf verschiedenen Farben. Also dieser farbige Kreis stellt jetzt den Anteil jeder Partei im System dar. Also jede Runde wählen diese Partei, darüber stimmen diese ab, welches Symbol das in den nächsten Block bilden soll. Aber diesmal wird die Entscheidung, wer der Gewinner ist, zufällig gemacht. Unter Annahme, welchen Anteil dieser jeweilige teilnehmende Partei hat. Das können wir jetzt einen gewichteten Zufall nennen. Wie funktioniert das denn genau? Lass uns vorstellen, wir hatten so ein Roulette-Rad. Ich hoffe, einige kennen von euch dieses Spiel. Normalerweise dreht man das Rad, man schmeißt eine Kugel rein. Manchmal, irgendwann bleibt das Rad stehen und die Kugel bleibt auf irgendeiner Zahl stehen auf dem Rad. Aber anstatt von Zahlen haben wir nun die Symbolkandidaten und verteilen die auf dem Rad, aber eben anteilig, je nachdem welchen Anteil die Parteien am Rad haben. Ja, lass uns das Spiel spielen. Das ist wie unser Rad jetzt aussieht und wir drehen es und schmeißen die Kugel rein und es dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und irgendwann bleibt es stehen und da ist dann ein Symbol. Hier ist es jetzt beim Dreieck stehen geblieben. Also wird das Dreieck gewinnen und in den neuen Block eingefügt werden, wie man jetzt oben rechts sehen kann. Okay? Steht immer noch dabei? Prima. Was jetzt passiert ist, dass einer von diesen Anteilen der Parteien deutlich größer ist als die Anteile der anderen Parteien. In diesem Fall, unser roter Anteilhaber ist ein sehr reicher Mann und kontrolliert die Mehrheit des Systems. Also kann man sich vorstellen, auch wenn unser System zufällig entscheidet, weil dieser Zufall gewichtet ist, ist seine Chance, gewählt zu werden, deutlich größer als die Chance anderer. Jetzt stellt sich die Frage, es gibt immer noch mehr Konsensprotokolle da draußen und man könnte jetzt ganze Stunden damit verbringen, einfach nur über die zu reden. Aber um zum Punkt zu kommen, jeder Versuch irgendwie einen Konsens zu finden, hat irgendwelche Nachteile. Und je nachdem, welcher Einwendungszweck unsere Blockchain hat, können diese Nachteile tatsächlich auch negativen Einfluss auf unser Projekt haben. Also warum geben wir uns überhaupt noch so viel Mühe mit der Blockchain, kann man sich jetzt fragen. Lass uns zurückgehen zu unserer Ausgangssituation, wo Mary und Alex gehandelt haben und Mary wollte das Haus haben von Alex, ihr erinnert euch vielleicht. Und hier muss Mary Alex vertrauen, dass das Haus, was er hier verkauft, wirklich sein Eigentum ist. Und dass er den Vertrag danach nicht wieder rückgängig machen wird. Auf der anderen Seite muss Alex aber auch Mary vertrauen, dass sie ihm den richtigen Geldbetrag gibt für das Haus. Also, wenn eine Bank in dem Handel involviert ist, dann müssen beide, also Mary und Alex, der Bank vertrauen, dass sie den Geldbetrag vertrauenswürdig überweist und auch den richtigen Betrag und auch eben der richtigen Währung. Und in großen Handeln, also wie jetzt zum Beispiel beim Hausverkauf, dann ist auch ein Notar involviert. Mary und Alex müssen beide dem Notar vertrauen, dass er unparteiisch ist. Also, wir sehen, normalerweise haben solche Handel immer viel mit Vertrauen zu tun. Und in irgendetwas wie einen Handel zu vertrauen, ist eigentlich keine gute Idee, weil es gab viele Enttäuschungen in der Vergangenheit, wie ihr vielleicht wisst. Und all dieser Blockchain-Kram ist der vielversprechendste Ansatz, um auf dieses Vertrauen verzichten zu können. Aber ich denke, da ist immer noch ein weiter Weg, bis wir dieses Ziel tatsächlich erreichen. Also, lasst uns sehen, was uns die Zukunft bringt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese nette Einführung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr bitte zu den Mikrofonen gehen. Und es gibt drei einfache Regeln. Erstens, wenn ihr eine Frage stellen wollt, ist eine Frage immer ein Einsatz mit einem Fragezeichen am Schluss. Wenn ihr in ein Mikrofon sprecht, haltet es nah am Mund, wie wenn ihr reinbeißen wollen würdet. Aber tut das bitte nicht. Und wenn ihr den Raum jetzt verlasst, tut das bitte leise. Okay, lasst uns mit einer Frage vom Internet anfangen. Die Frage ist, wie Blockchains für Anonymität sorgen und wie das funktioniert, wenn Menschen tatsächlich eine Transaktion haben. Und was ist da die Definition einer Anonymität? Das ist eine ziemliche technische Frage für die technisch interessierten Leute. Anonymität heißt, dass wir keinen Namen haben, wie zum Beispiel auf dem Beweisungsformular, sodass man wirklich sieht Mary und Alex und man weiß genau, wer diese Personen sind. Im technischen Fall heißt das, wir haben Public Keys, also öffentliche Schlüssel verwendet. Und wir können öffentliche Schlüssel erzeugen, ohne die tatsächliche Person dahinter zu sehen. Also in diesem Fall ist es möglich, eine Anonymität sicherzustellen. Aber wie einige von euch wissen, hat auch das wieder Nachteile. Also ja, es ist ziemlich technisch. Mikrofon Nummer drei. Mikrofon Nummer drei. Du hast uns verschiedene Arten gezeigt, wie man wählen kann, welche Transaktion als nächstes drankommt. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, dass eine Transaktion verloren geht. Also, dass alle anderen vorher gewählt werden, kann dann einer einfach verloren gehen. Oder wie lange kann es brauchen, dass es gewählt wird? Das hängt stark vom Protokoll ab. Wie vielleicht einige von euch wissen, ja, es gibt ein Zeitlimit, das sagt, alle zehn Minuten oder so machen wir eine Runde, basierend auf diesem kryptografischen Hash von dieser Prüfungsumme. Aber es hängt stark vom Protokoll ab, weil dieses Abstimmungsprotokoll immer anders funktioniert. Und das ist der Grund, warum ich nicht zu sehr in Details gehen wollte, weil es halt wirklich vom jeweiligen Protokoll abhängt. Also, wir können darüber gerne später nochmal sprechen, aber in diesem Fall, glaube ich, liegt es außerhalb unseres Betrachtungsrahmens. Okay, Mikrofon Nummer zwei, bitte. Vielen Dank für den Talk. Viele Beispiele, die man für Blockchain sieht, sind tatsächlich Chains, die von einer Firma besetzt werden. Wie ist das? Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich nicht wirklich weiß, was es für mögliche Lösungen da draußen gibt. Es gibt viele bekannte Lösungen wie Hyperlegend oder so. Für mich persönlicherweise sind die aktuellen Situationen ziemlich cool, aber basierend auf technischen Hintergründen. Aber ich denke, dass diese verteilten Rechenprotokolle hinter diesen Blockchain-Sachen uns tolle neue Dinge bringen können. Aber wir müssen da viel, viel mehr Nachforschung anstellen. Also wirklich Nachforschung. Wir haben eine weitere Frage am Mikrofon Nummer zwei. Eine weitere Frage am Mikrofon zwei. Great talk. Für die distribuierte Computation gab es bereits viele... Sorry, kann man ein bisschen näher zu den Mikrofon, bitte? Okay, wenn eine der interessantesten Anwendungen distribuierte Rechenleistungen sind, dann ist die Frage, was sind denn die Vorteile eben zu diesen verteilten Rechenprotokollen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber wolltest du wissen, was genau neu daran ist? Also das Neue scheint ja verteilte Rechenleistung zu sein, aber das wurde ja schon vorher gemacht. Und was ist da jetzt das Besondere an der Blockchain? Technisch gesehen ist eine Blockchain überhaupt nichts Neues. Also verteiltes Rechnen ist ein ziemlich altes Thema. Es ist überhaupt nichts anderes als zum Beispiel eine verteilte Datenbank. Aber wir haben jetzt andere Eigenschaften, die jetzt kombiniert werden können. Also Blockchain ist eine Kombination, für mich persönlich zumindest, von verschiedenen Technologien. Also ich denke, wir sollten viel, viel mehr Lösungen für verteiltes Rechnen benutzen. Zum Beispiel für Sachen wie Finanzüberweisung oder moderne Verträge oder Smart Contracts. Also dieser Blockchain-Begriff muss wirklich, wirklich vorsichtig benutzt werden. Das ist eine sehr gute Warnung. Okay, bitte einen weiteren Applaus für Alex. Das ist eine sehr gute Warnung.